An seinem 89. Geburtstag hat sich Baumeister Richard Lugner mit seiner neuen Flamme Bienchen Simone Reiländer verlobt. Der Akt an sich war etwas unbeholfen, denn Mörtel stellte eher fest, als dass er fragte. Lugner meint, der Amor hat ihn so gepackt. Er redete über das Zusammenziehen und sagte, den ringender Hans salopp, Es wird Zeit, dass wir uns verloben. Simone schwieg erst mal. Nach Aufforderung der Gäste rief sie dennoch, Ja, und Lugner fiel ein Stein vom Herzen. Die Gäste gratulierten. Ganz bald, noch im Oktober, wollen die beiden Turteltauben zusammenziehen. Darauf angesprochen, ob sie sich denn keine Kinder wünsche, verrät Simone. Ich kann mich immer mehr mit dem Gedanken anfreunden, wir könnten es uns leisten, sagte sie im Österreich-Talk. Ein Kind mit einem 89-Jährigen? Laut Simone müsste man erst Untersuchungen machen. Aber bei Männern geht das meist lange, scherzt sie. Zu lange wolle sie sich dann aber doch auch nicht Zeit lassen.